Hi, hier ist Christian und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und meinem Unboxing vom Motorola One Vision. Das Motorola wird die nächsten Tage hier im deutschen Handel verfügbar sein und dann zu einer UVP von 300 Euro. Ich habe das Gerät jetzt schon dank Motorola etwas früher bekommen und möchte euch natürlich in diesem Video mein Unboxing, aber natürlich auch meinen Ersteindruck zeigen, denn zu einem Preis von knapp 300 Euro hat das Motorola One Vision einige sehr interessante Features, die man bei diesem Preisbereich manchmal nicht wirklich findet. Auf der einen Seite haben wir ein 21 zu 9 Kino Display, das heißt mit einem Formfaktor oder Seitenverhältnis von 21 zu 9. Auf der anderen Seite hat dieses Smartphone aber auch ein Samsung Prozessor an Bord und eine Dual Kamera mit Quad Pixel Technologie. Was das Gerät aber noch so auf dem Kasten hat und ob es sich im ersten Eindruck gut oder auch vielleicht weniger gut anfühlt, das seht ihr natürlich wie immer in der nächsten Minute meines Videos. Jetzt kommt aber noch ein ganz kurzes Intro und dann geht es auch schon los mit dem Unboxing und auch meinem Ersteindruck vom Motorola One Vision. Und damit können wir auch schon das Unboxing zum Motorola One Vision beginnen und üblicherweise gibt es natürlich an dieser Stelle erstmal diesen ganz kurzen Rundgang um die Verpackung. Die ist komplett in lila gehalten. Auf der Vorderseite das Motorola Logo, natürlich den Schriftzug und die Namensgebung Motorola One Vision. Auf der linken Verpackungsseite etwas Lesestoff, interessiert uns weniger. Auf der rechten Seite Android One. Das heißt hier kommt Android One als Betriebssystem basierend auf Android 9 Pie zum Einsatz. Und im Fuße der Verpackung noch den Hinweis, welche Farbvariante ich bekommen habe, nämlich in der Farbe Blau. Das Ganze gibt es noch alternativ als Bronze und dann zu einer UVP von 299 Euro. Auf der Rückseite gibt es dann erste Key Features. Unter anderem eine 48 Megapixel Hauptkamera, ist eine Dual Kamera, das heißt mit zwei Sensoren und mit einer Quad Pixel Technologie komme ich gleich darauf zu sprechen, was das bedeutet. Wir haben ein 6,3 Zoll großes LCD-Display, wir haben eine 25 Megapixel Frontkamera und zudem noch 128 GB internen Speicher. Damit packe ich das gute Stück aus, Deckel zur Seite und zum Vorschein kommt natürlich erstmal das Motorola One Vision an sich. Lege ich auch nochmal ganz kurz weg, denn wir wollen uns ja natürlich den restlichen Verpackungsinhalt anschauen. Als erstes und natürlich bei jedem Handy dabei Sicherheitshinweise, Garantiekarten, Quick Start Guide, all das, was man eigentlich gar nicht lesen möchte, weil man sich ja mit dem Gerät beschäftigen möchte. Dann habe ich noch das SIM-Karten- oder E-Check-Tool dabei. Das ist dieser kleine und bekannte Pin, womit ich natürlich den Micro SD und auch natürlich Nano-SIM-Karten-Slot öffnen kann. Dann haben wir noch ein paar In-Ear-Kopfhörer, die muss ich mal auspacken. Die sehen sogar etwas besser aus als bei den meisten anderen Herstellern und auch Konkurrenten. In diesem Bullet-Design normal hat man andere Kopfhörer beiliegen, die relativ minderwertig oder durchschnittlich aussehen. Die hingegen zu einem Preis von knapp 300 Euro sehen doch tatsächlich etwas besser aus. Werde ich mir auch anhören. Und was man auch hier direkt sehen kann, wir haben einen Klinkenstecker. Schließt natürlich darauf, dass wir hier auch eine Klinkenbuchse im One Vision verbaut haben und nur einige Silikonstöpsel für einen perfekten Sitz im Gehörgang eures Ohres. Ansonsten haben wir noch natürlich das Ladekabel. In diesem Fall auf der einen Seite für den Netzstecker mit USB-A, auf der anderen Seite mit USB-C. Finde ich auch sehr gut. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Netzteil. Das ist ein 15-Watt-Schnellladenetzteil. Wie schnell man damit dann den 3500 mAh starken Akku aufladen kann, werde ich natürlich testen. Ich weiß es nicht wirklich. Es gibt allerdings auch andere Hersteller und da spreche ich mal direkt Huawei an. Die haben in Mittelklassegeräten teilweise 22,5 Watt, in High-Endgeräten 40 Watt. Ich denke aber auch mit 15 Watt dürfte man so mit zwei Stunden durch sein bei dieser Akkukapazität von 3500 mAh. Widmen wir uns damit dem Motorola One Vision. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier direkt eine TPU-Schutzhülle aufgebracht. Ist also diese Billig-Schutzhülle, die man auch für umgerechnet 2,50 Euro oder 1 Euro bei Alibaba kaufen kann. Ist jetzt nicht wirklich was Besonderes. Auf der anderen Seite, ich finde es immer wieder cool, dass Hersteller diese Schutzhüllen beilegen, weil man dann einen grundlegenden oder ersten Schutz für das Smartphone schon hat. Ausschnitt hier für den Fingerabdrucksensor und die Kameras passt perfekt. Ihr habt das gesehen und damit können wir auch uns dem eigentlichen Star dieses Videos widmen. Auf der Vorderseite nochmals einige Key-Features, aber darauf werde ich natürlich zu sprechen kommen. Und was ich hier gleich sehe, ist zum einen dieses durchaus schmale Gehäuse, aber dafür auch sehr längliche Gehäuse. Denn wir haben hier nur eine Breite von 71 Millimetern, das ist wirklich sehr, sehr schmal, dafür aber eine Höhe von 160 Millimetern und eine Dicke von 8,7 Millimeter. Warum das Ganze, ich sage mal, vielleicht sogar etwas unproportional aussieht, werde ich euch gleich sagen. Nachdem ich nämlich das Display gestartet habe, und zwar befindet sich der Power-Button auf der rechten Seite. Power-Button, Lautstärkewippe, auf der gegenüberliegenden Seite dann den Slot oder der Slot für MicroSD und auch Nano-SIM-Karte. Und wenn man sich jetzt das Display das erste Mal anschaut, ist jetzt vielleicht etwas hell für das Video. Es sieht man sehr schön, dass wir hier ein 21 zu 9 Kino-Format haben. Das heißt, 9 Punkte hier, 21 Punkte hier, Pixelauflösung 2520 mal 1080 Pixel auf 6,3 Zoll. Das ist Full HD+. Wir haben hier eine wirklich sehr gute Pixeldichte, also einzelne Pixel dürften für keinen von euch wirklich sichtbar sein. Das heißt, hinsichtlich Schärfe ist das wirklich absolut in Ordnung. Und wir haben hier ein LC-Display, kein AMOLED, darf man aber auch zu dem Preis von ungefähr 300 Euro nicht erwarten. Was kann ich noch sagen? Im oberen Bereich haben wir so ein Punch-Hole-Design, eine Lochkamera mit 25 Megapixel-Auflösung. Kennt man auch von Samsung, kennt man auch von Huawei. Hier in diesem Fall fällt die doch relativ groß aus. Und die Rahmen auf der linken, oberen und auch unteren Seite oder rechten Seite vielmehr erinnern mich doch sehr stark an ein iPhone XR. Das heißt, sie sind nicht wirklich schmal. Auf der anderen Seite sind sie aber auch symmetrisch und passen wirklich sehr gut ins Bild. Das Kinn, also der Rahmen im unteren Bereich, ist dafür etwas dicker. Aber generell sieht das doch recht gut aus. Und mit einem Gewicht von 180 Gramm, würde ich sagen, liegt es noch relativ angenehm in der Hand. Power-Button auf der rechten Seite gut erreichbar, Lautstärkewippe etwas umgreifen, das passt. Und wenn man jetzt hier sieht, dass ich mit meinem Daumen ohne Probleme auf die linke Seite komme, dann aber Probleme bekomme, aufgrund dieses Display-Formates von 21 zu 9 nach oben zu gehen. Es sieht man auch ungefähr, wie man das Gerät bedienen kann. Wir haben dann im Fuße des Gerätes natürlich noch hier das Mikrofon für Telefonate, USB-C-Anschluss, einen Monolautsprecher. Die rechte Seite hatte ich, im oberen Bereich dann die Klinkenbuchse, ein zweites Mikrofon für die aktive Geräuschunterdrückung und dann natürlich die Rückseite. Zum einen hier Glasrückseite. Wenn ich hier drauf tippe, hört sich nicht so richtig nach Glas an. Ich habe es aber nochmal nachgelesen. Tatsächlich kommt hier Glas zum Einsatz und man hat einen leichten Farbverlauf. In der Mitte etwas dunkler, nach außen hin etwas heller. Je nach Lichteinstrahlung oder Lichteingabe reflektiert das auch so etwas. Das ist allerdings nicht so, wie man das von der Konkurrenz kennt. Motorola-Logo ist etwas Besonderes, denn dort sitzt der Fingerabdrucksensor, über den ich auch die Möglichkeit habe, zum Beispiel die Benachrichtigungsleiste herunterzuziehen. LED-Blitz für die Hauptkamera und hier, wie gesagt schon angesprochen, die 48 plus 5 Megapixel Hauptkamera mit Quad-Pixel-Technologie. Das heißt, theoretisch kann diese 48 Megapixel-Kamera oder diese Kamera 48 Megapixel aufnehmen. Allerdings werden 4 Pixel zu einem zusammengefasst, sodass 12 Megapixel rauskommen und dadurch natürlich auch bessere Aufnahmen entstehen. Dadurch wird das Bild oder werden Bilder abgeglichen, werden einzelne Stellen, die nicht so gut sehen, natürlich etwas retuschiert. Und wo das natürlich auch hilfreich ist, ist vor allem in Low-Light-Fotografie. Und zusammen mit der optischen Bildstabilisierung und einer F1.7-Blende ist das ein relativ, zumindest auf dem Datenblatt, ein relativ gutes Angebot von Motorola. Unter 300 Euro, optische Stabilisierung, Quad-Pixel, F1.7-Blende, 12 Megapixel-Auflösung. Das hört sich relativ gut an. Rückseite ist etwas abgerundet zum Kunststoffrahmen, also Glas vorne, Glas hinten. Kunststoffrahmen fühlen sich aber insgesamt relativ gut an, muss ich sagen. Also es macht nicht den Eindruck, billig zu wirken. Natürlich Geräte, die 700, 800 Euro kosten, die fühlen sich natürlich etwas besser an. Auf der anderen Seite kann man aber hier durchaus mit zufrieden sein, sodass ich jetzt erstmal den Einrichtungsprozess starte und natürlich so einige Punkte überspringe. Denn wir wollen ja auch einen ersten Blick auf die Oberfläche werfen. Das heißt, ich habe keine SIM-Karte eingelegt. Ich möchte mich aktuell nicht mit einem WLAN verbinden. Uhrzeit ist mir auch erstmal egal. Ich akzeptiere alle Google-Dienste. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das Gerät mit meinem Fingerabdruck zu sichern und natürlich dann auch anschließend zu entsperren. Jetzt vergebe ich noch ein Passwort. Relativ einfach 4x1, damit ich mir das auch merken kann. Und wir schauen uns gleich einmal die Oberfläche von Android 9 Pie und Android One an, die ja den Vorteil hat, dass sie wirklich sehr, sehr schnell mit Updates versorgt wird. Helligkeit etwas runter, das dürfte etwas besser aussehen. So. Wie gesagt, 21 zu 9 Kino-Format, Full HD-Plus-Auflösung. Wir haben hier lustigerweise, komischerweise muss ich ehrlich sagen, einen Samsung-Prozessor drin. Also kein mehr aus dem Hause Qualcomm, sondern den Samsung Exynos 9609. Der taktet mit maximal 2,2 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher, 128 GB intern. LTE-Cut 6, Bluetooth 5.0, WiFi-RC, USB-C. Dahingehend ist Motorola tatsächlich immer wirklich sehr gut aufgestellt. Und ich glaube auch, dass die 6 GB Arbeitsspeicher, 4 GB natürlich, dass die 4 GB Arbeitsspeicher hier auf dem Gerät absolut ausreichend sind, weil eben hier Android One wirklich ein Betriebssystem oder eine Oberfläche ist, die wirklich sehr rudimentär ist, die eigentlich im Grunde genommen sehr nah an den Google Pixel Geräten liegt. Und ihr könnt das hier sehen, wenn ich hier runterziehe, habe ich natürlich meine Quick-Settings für die Schnelleinstellung, meine Benachrichtigungsleiste, mein Home-Screen. Ich kann hier hochziehen, habe dann erstmal meine Google-Suche. Bei einem weiteren Wisch nach oben habe ich dann meinen App-Draw, wo natürlich alle installierten Apps gelistet sind. Und das ist eben die Oberfläche von Android 9 bzw. Android One. Was ich jetzt allerdings auch sehe und was mir eben nicht so wirklich aufgefallen ist, ich habe gesagt, Rahmen rechts, links, oben, gefallen mir echt gut. Wobei mir das hier etwas unsymmetrisch aussieht. Also die Rundung und das Kinn hier unten gefällt mir nicht so wirklich gut. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch Geschmackssache. Aber ich bin wirklich sehr gespannt vor allem A auf die Akkulaufzeit, B Performance und C vor allem auch auf die Kamera. Denn das, was hier geboten wird, optische Stabilisierung, Quad-Pixel-Technologie etc. findet man ansonsten immer nur in teureren Smartphones, so ab 400, 500 Euro. Von daher bin ich mal wirklich sehr gespannt. Ich bin damit durch mit meinem Unboxing und auch Ersteindruck zum Motorola One Vision und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, was ich euch im Testbericht zeigen soll, dann lasst mir einfach einen Kommentar hier. Ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass wir uns in den nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und ciao. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank.